Oh, Daddy, warum sind wir denn in Ägypten? Du wolltest doch immer meinen Familienausflug machen. Aber nicht in der Wüste. Warum hier? Ich will lieber in meinen Kindergarten zurück. Timmy, du kommst jetzt mit dir. Du wolltest eine Reise und das machen wir jetzt auch. Aber Daddy, es sieht gefährlich aus hier. Ruhe da hinten. Oh, Daddy ist so dunkel. Oh, Timmy, sei einfach ruhig da jetzt. Das kannst du deinen ganzen Freunden im Kindergarten erzählen, dass du mit deinem Vater hier in Ägypten was. Oh, das will ich gar nicht, vielleicht sterbe ich hier. Oh, das ist zu gefährlich. Daddy, pass auf. Du hast keinen Helm mehr. Oh, du bist... Und jetzt? Und jetzt? Daddy, ich hab Angst. So, Sohn, pass jetzt auf. Jetzt kommt eine Sache, die du lernt kannst. Aber Daddy, was denn? Da! Oh, fuck. Wir haben ihn umgebracht. Timmy, tu was. Yeah, Timmy, du hast ihn umgebracht. Timmy? Timmy? Wo bist du? Wow! So! Nein, nicht ich! Ich hab überlebt! Ich hab überlebt! Oh, da ist der Kopf. Da ist der Kopf, komm her! Komm her! Lass uns miteinander rummachen. Oh, wie knapp das war! Hier, guck dich das an! Ah, das kann doch nicht wahr sein! Und eins und zwei und... Ja! Booyah! Achso, da muss ich rüber. Achso läuft der Hase. Booyah! Booyah! Bewe! trip doch mal mal hinter Schach. booyah! Booyah! Boo! Justin Bieber! Niemals! Uh, uh! Hopp! Hopp, hopp! Nein, nicht in die Richtung! Nein! Wie kann man das verkacken? Oh mein Gott! Man nennt mich auch den Grimassenkönig. Wow! Mit Grimassen geschafft! Und dann müssen wir jetzt rüber. Boja! Ja! Huh! Timmy Gopfert! Für den Gott! Für den Ziegenmann! Für den Ziegenmann! Für den Ziegenmann! Für den Ziegenmann! Jawoll! Guck mal wie der seine Puppe bereit macht. Oh, können wir da? Komm, wir zaubern jetzt was. Wir zaubern jetzt was. Wir machen jetzt richtig Kunst hier. Marosta ist der Kunstmacher. Oh! Oh, ihr wisst schon was kommt, oder? Ihr wisst schon was kommt. Oh, ja! Oh, schau! Oh! Ja, darauf steht die Frau! Ne? Darauf steht die Frau! Oh! 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 Du hast Timmy als richtigen Vorschlag einmal benutzt! Sehr schönen Tag! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaahhhh! Aaaaaaaah!